Ich mag dich sehr. Ich brauch ein mehr Milch, einmal Mehl, einmal Tomb Raider. Das ist aber unangenehm, gleich zwei auf einmal. Sag, mein Hit, komm her. Okay, ich bin ein... Ja. Och man, alle sind tot. Ich hab nur... Oh, ähm. Das war jetzt aber peinlich. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight 2 gegen 8. Let's go. Ich muss als Guide spielen, was praktisch ist, denn ich bin bereits ein Guide. Ich guide euch durch die wundervolle und zauberhafte Welt von Dead by Daylight, wo viele Feen und andere Kreaturen sich erlauben, euch zu entführen in eine Welt von Pein und Schmerz. Blut und Verderben, fliegende und fließende Eingeweide und der zarten Melodie, ferner Schreie. Ach, das ist so entspannt, wirklich. Oh, hey, Meg, ich bin Meg. Wie geht's so? Meg, was ist los, Meg? Was machst du, Meg? Was ist los? Was geht, Meg? Alles klar, Meg. Oh, wer ist der denn? Der leuchtet ja. Er rennt schon. Okay. Ein Great Skill Check. Ich mag Great Skill Checks. Das kann ich relativ gut. Ich bin ein... Ja. Ich darf nicht zu laut. Ich darf nicht zu laut sagen. Oh, es war noch ein... Nein! Ich mach drei großartige Skill Checks. Was macht sie? Bam. Ich geb mir Mühe, okay? Ich geb mir wirklich Mühe, Freunde. Let's go. Und Jen. Drei, zwei, eins. Und Jen. Was macht die denn? Geht laut da rein. Wir sind revealed. Sehr revealed. Sehr revealed. Wer ist denn da noch? Warte. Die leuchtet ja. Hä? Leuchtet aber hart. Leuchtet aber hart. Das war der Geist. Und oh, das ist, ähm... Noch jemand anders. Das ist natürlich amüsant. Dieser Jen war auch ein Stück weit schon. Der läuft weiter, weil der Jen hat ja... Oh mein Gott. Das ist aber unangenehm. Gleich zwei auf einmal. Das ist, ähm... Ne? Dinge. Warte mal. Sonst laufen keine Jens. Doch, einer hat er. Aber jetzt nicht mehr. Ich, äh... Ja. Ei. Tombrider, komm. Tombrider. Oh hey. Das ist nah. Das können wir machen kurz. Können wir kurz machen. Wir fallen auf... passen auf Fallen auf. Oder auch nicht. Einmal runter. Einmal heilen. Da kommt einer. Natürlich kommt der. Oh, ne. Jetzt wird jemand verfolgt. Oh, da hinten. Hier sind Jen noch. Jen machen, Jen machen, Jen machen. Oh, ich kriege Sprint von jemandem. Oh, der ist fertig. Okay, okay, okay. Wir sollten eigentlich mehr welche noch in der Mitte machen. Aber hey, Details. Oh man, was ist denn das da hinten? Ach, bei der Rettung wurde jemand gesnackt. Das ist nicht so gut. Da hinten. Oh man, die sind... Da einer, da einer. Oh, kann ich dir vielleicht helfen? Kann ich vielleicht dazwischen gehen? Da hat die schon, oder? Oh, Falle. Oh my God. Oh my God, das geht zu schnell. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Oh hey. Die kann ich ja voll abklappern. Einfach so eine Checkliste. Ich brauche ein mehr Milch, einmal Mehl, einmal Tomb Raider, einmal... Okay, machen wir so. Voll die Einkaufsliste. Eine Survivor-Einkaufsliste. Oh Gott, sind das viele Jens. Oh my God, da kommt der. Oh my God, da kommt der. Oh my God, da wartet kurz einen Moment. Ich meine, wenn er mich sehen kann, sehe ich ihn ja auch. Aber war das noch jemand? Er hat schon jemand, oder? Machen wir mal hier weiter. Ich weiß es nicht. Es ist... Nimmt sich alles nicht... Oh, da ist der Geist wieder. Großartig. Es nimmt sich ja alles nicht viel. Na, mein Freund. Der kommt hier rum. Da ist jemand in der Falle. Oh, da sind sie beide. Nee, lass mal. Nichts für ungut, Bro. Ich weiß. Die Balletten sollten wir möglichst lange behalten, aber... Es war halt auch schön. Es war halt auch schön. Was willst du machen? Warte, da hinten kam jemand hoch? Nö. Wurde jemand geschlagen. Hi. Hi, hi, hi. Ah, ich habe festgegangen. Und er dachte, ich will ihn. Hi. Dabei habe ich nur festgegangen. Ich habe nur... Oh. Ähm. Das war jetzt aber peinlich. Jetzt, wenn man nach hinten guckt, dann sieht man halt nicht, was vor einem ist. Aua. Aua, ich habe Schmerzen. Kann mir jemand... Äh. Kann mir jemand bitte eine helfende Pfote... Oh, da hängt ja noch jemand direkt bei mir. Das ist ja praktisch. Muss jetzt nur einer rumkommen und beide holen. Ich empfehle den Kollegen da hinten auch. Oh nein. Oh, Heartbeat. Oh, ernsthaft? Ich will erstmal für... Mit Jen machen. Hi. Ich will erstmal für durchziehen. Irgendwie. Uns fehlen viel zu wenig... Also, uns fehlen viel zu wenig Jens. Uns fehlen viel zu viele Jens. Oh my God. Zwei Leute hängen. Wer ist denn da noch fast tot? Hey. Was geht ab? Noch ein Killer. Okay. Das wird einfach nichts. Ich hole safe den falschen. Ich werde auch gechased. Oh, tot. Das wäre der richtige gewesen. Ich habe es nicht geschafft. Unlucky. Unlucky. Und auch mein Fehler. Also absolut. Da hätte ich dranbleiben müssen, zu gucken, wen man retten muss. Und wieso. Und überhaupt. Und auch ich hatte dem. Wir Jens, zwei Leute schon tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hinten schleicht einer rum, bei denen, der abgehängt werden sollte. Oh. Oh Mann. Geht der automatisch woanders hin, wenn... Ich mag das nicht. Ich sehe die Fallen nicht. Ich sehe die Fallen nicht. Hä? Habe ich nicht gesehen. Okay. Das wird nichts. Wer von denen ist gleich tot? Das ist halt... Der da? Der da? Ich sehe es nicht. Du? War der falsche wahrscheinlich. Hier war richtig. Okay, den. Okay. Hängen sie doch ab. Hängen sie ab. Hier zusammen. Die muss irgendwie noch ihr Statuschen-Stussis machen. Was denn? Also ich soll weggehen. Ja, wegen mir dann gehe ich halt weg. Oh Mann. Oh Mann. Alle sind tot. Das läuft nicht gut. Ohne meine Freunde bin ich nichts. Hey, da läuft jemand. Ohne meine Freunde bin ich nichts. Ohne meine Freunde. Ohne meine Freunde. Ohne meine Freunde bin ich nichts. Und hier gibt es gleich wieder eine Falle. Ich rieche das doch schon. Nummer 1. Nummer 2 kämpft schon um sein Leben. Ja, das war ein milder Check, würde ich sagen. Da liegt schon wieder jemand. Unglaublich. Da hinten ist ein Killer. Was soll ich denn machen? Ey, da ist jemand. Warte mal, da ist jemand. Nichts für ungut, aber da ist jemand. Könnte man zusammen schneller machen? Ich würde dich zuerst heilen. Nein. Ja, sieh. Und er kommt. Und er kommt einfach. Sag mein Hit. Komm her. Okay. Das muss aber auch. Das muss aber auch. Das muss aber auch. Das ist keine Palette mehr. Das ist ekelhaft. Wie? Das war aber kritisch. Hey, habt ihr etwa den anderen Killer gefunden? Oh Gott, ja, habt ihr. Noch vier Gents to go und ständig jemand im Cage. Ach, ich find's klasse. Also nicht wirklich. Aber es wär schön, wenn's einfach funktionieren würde. Wenn's flutschen würde. So wie vorhin, ne? Als ich noch Freunde bei mir hatte. Ja, das hat irgendwie noch funktioniert, ne? Ja, Alter, lass uns mal sterben. Oh hey, da ist ja schon der Geist. Achtung, weg, 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 geh, weg, geh, weg. Oh, hier kann man nicht so blind sein. Entschuldigen Sie. Oh hey. Das ist jetzt aber unpraktisch. Da kann aber die Leute nicht aufheben. Das ist schön, wenn man könnte von alleine aufstehen, wenn, ne? Dass man einfach demjenigen so ein bisschen unter die Arme greifen könnte, auch ohne... Oh, Falle. Na also, das ist unpraktisch. Nein, lass den anderen liegen. Hä? Was ist denn das jetzt? Voll. Da kann ich nicht alleine aufstehen, wie's scheint. Wo kommt er hin? Da, wo kommt er hin? Oh, achso, tot. Ach ja, mein Fehler. Gut. Ich möchte ja nicht wirklich nicht übrig bleiben. Ich kann mich auch nicht selber... Oh Gott, das wird da nix. Hi! Hi. Ich, äh, ich mag dich sehr. Großartig, großartig. Das wird nix. Ja, einer von zwei wird schon verfolgt. Wow. Das ist krass, dass er, wie unterschiedlich das laufen kann, ne? Muss ich am Anfang vielleicht mehr aufteilen oder so? Ich weiß es nicht. Nee, eigentlich ist ja in der Gruppe das Ziel, oder? In der Gruppe stark sein. Aber sie darf gerne übrig bleiben. Ich hab keine Lust. Ich hab keine Lust, die Luke zu... Hä? Was macht sie denn da? Ich freu mich nicht. Ich heil dich. Warum nicht? Ist okay, wenn du übrig bleibst, wirklich. Ich hab keine Lust auf die Luke. Also nicht gegen zwei Killer mit Ausgang und... Oh, da ist er ja schon. Du, der war da. Okay, da läuft weiter. Ich hab jetzt ja nur die Jens als... Warte, es gibt die Luke? Es gibt die Luke. Es gibt die Luke. Sehen Sie das? Ja, das war die Luke. Dann würde ich empfehlen, uns aufzuteilen. Ich würde nicht gleich da hingehen. Ich würde nicht gleich hingehen. Er kommt doch. Da ist er schon. Da ist er schon, da ist er schon, da ist er schon. Oh, das war ja klar. Autsch. Das heißt, das ist jetzt meiner und er darf überleben. Nein. Bleib mich in Ruhe. War das jetzt dein Ernst? Ich wollte gerade sagen, er läuft an mir. Warte, hat sie es geschafft? Hä? Ja, mach mich fertig. Ach, der hat den... Ach nee, die Luke. Ich wollte gerade sagen, es ist kein Ausgang offen. Die Luke ist ja zugeballert und deshalb... Er läuft Endgame ab. Das tut mir super leid für sie. Wie soll sie denn alleine rauskommen? Das schauen wir uns jetzt an. Weil das kommt sie sicherlich nicht. Dass sie die Luke überhaupt zumachen können, ist halt echt hart, ne? Dass die dann nicht wenigstens offen stehen bleibt. Was ein Hohn. Was ein Hohn. Genau neben der Luke. Ist ja großartig. Das lief mal wieder fantastisch. Ja. Schaut euch gerne auf den Kanal um. Abonn-Like, ihr wisst Bescheid. Nur wenn es nur aus dem Mitleid ist. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.